Er ist Journalist gewesen bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er ist heute bei der Neuen Zürcher und hat ein Buch geschrieben, So rettet ihr das Klima nicht. Und warum das so ist, das möchte ich jetzt besprechen mit Morten Freidel, Neue Zürcher Zeitung. Herzlich willkommen. Danke. Ich habe das Buch schon angesprochen. Hier ist es nochmal. Der Untertitel lautet, warum die Energiewende gescheitert ist und was wir jetzt tun müssen. Wenn die Energiewende gescheitert ist, muss Robert Habeck eigentlich zurücktreten? Also ich bin mit Rücktrittsforderungen immer vorsichtig. Ich würde jetzt sagen, dass er nicht zurücktreten muss deshalb. Und es liegt auch daran, dass das ja nicht allein sein Projekt ist, die Energiewende, sondern man muss sagen, dass ja eigentlich alle Parteien durch die Bank weg, auch die Union hinter diesem Projekt standen. Und dieses Projekt läuft aber jetzt in große Schwierigkeiten hinein. Was man Habeck allerdings vorwerfen kann, ist, dass er nach dem russischen Überfall auf die Ukraine als ja die ursprüngliche Energiepolitik, so wie sie jetzt für die nächsten Jahre geplant war, in sich zusammengefallen ist. Das russische Gas ist dann irgendwann ausgeblieben. Da haben wir dann aus Nord Stream nichts mehr bekommen. Und es war völlig klar, wir brauchen eigentlich eine andere Brücke hin zu dieser Traumwelt, dass irgendwann alles mit 100 Prozent Sonne und Wind in diesem Land funktioniert. Das war zunächst das russische Gas aus Sibirien. Und es musste dann einfach was anderes her. Und da gab es ganz unglaublich viele Experten und auch Journalisten, mich dann irgendwann mit eingeschlossen, die gesagt haben, wir haben noch funktionierende Atomkraftwerke. Und das sind nicht nur die drei, die im Moment noch laufen, sondern wenn man jetzt sofort anfängt, wären das auch noch die drei, die im Jahr davor schon die Ampelregierung abgeschaltet hat. Die könnte man wieder ans Netz holen mit relativ vertretbarem Aufwand. Und dann hätte man schon mal zwölf Prozent klimaschonende Energie, die am Band einfach mitläuft. Dann hätte man schon mal ein sehr großes Problem in diesem Lande gelöst. Jedenfalls erst mal für die kommende Zeit. Und das, da hat er sich partout geweigert, gegen alle Empfehlungen von Experten und Journalisten und der Öffentlichkeit hin. Das kann man ihm ankreiden. Er hat es nicht geschafft, mit seiner Partei, der ja der Atomausstieg heilig ist, an dieser Stelle zu brechen oder sich dagegen zu stellen. Obwohl eigentlich klar war, dass man das hätte tun müssen. Das kann man ihm vorhalten. Das Irre ist ja, dass das Management des Gasmangels er jetzt als Positivposten seiner Verdienste angerechnet haben möchte im Wahlkampf. Weil er ist ja durch die Welt gereist und er hat diese Lücke an Energie geschlossen, die er selbst zum Teil mitgerissen hat. Ja, also da sprechen Sie was Gutes an. Hier unterscheidet man, finde ich, in der Debatte nicht genau genug zwischen direktem Krisenmanagement, Also was man ihm natürlich anrechnen kann, ist, dass im Land nicht die Lichter ausgingen. Nur muss man natürlich fragen, zu welchem klimapolitischen Preis das passiert ist. Und das ist deshalb geschehen, weil Habeck, auf Teufel komm raus, alte Kohlekraftwerke wieder reaktiviert hat, weil er eben von der Kernkraft nichts wissen wollte. Und dieser endgültige Ausstieg, den er beschlossen hat, zwingt Deutschland jetzt auf einen Pfad im Moment, der eben große Verwerfungen nach sich ziehen wird, aus meiner Sicht. Und das ist deshalb insgesamt keine gute Bilanz. Aber die Messen für Atomenergie sind jetzt gesungen, aus Ihrer Kenntnis. Also es hieß immer, dass mit Säure die Kreisläufe der inneren Reaktoren dekontaminiert werden und dass dann im Prinzip erst mal technisch die Messen gesungen sind. Oder sehe ich das falsch? Also ich bin jetzt kein Nukleartechniker. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass man in Amerika ja sieht, dass bereits stillgelegte Reaktoren wieder reaktiviert werden. Also Sie kennen jetzt diese Geschichte vom Three Mile Island Reaktor, den Microsoft jetzt nutzen möchte, weil man unglaublich viel Strom für die Rechenzentren braucht. Nun ist das in Teilen etwas anders, die Situation dort, weil diese Reaktoren nicht abgebaut worden sind, sondern man hat die sozusagen eingemottet. Dann ist es natürlich etwas einfacher, die auch wieder hochzufahren. Man muss auch diese Reaktoren natürlich erst mal entsprechend technisch ertüchtigen. Aber ich bin immer etwas vorsichtig, ich sage es mal so rum, wenn dann in der Debatte gesagt wird, naja, diese Reaktoren sind abgeschaltet, es gibt keinen Weg zurück. Das düngt mir doch etwas wie ein politisches Argument und nicht unbedingt wie ein Sachzwang. Also ich würde davor warnen, zu sagen, es gibt keinen Weg zurück. Das müsste man sich dann anschauen, was wahr ist. Im Moment gibt es dafür keine politischen Mehrheiten. Das müsste sich also dann vielleicht eine kommende Bundesregierung nochmal genauer anziehen. Wenn die Energiewende gescheitert ist, warum machen wir dann eigentlich trotzdem weiter? Oder täuscht das, haben wir still beigedreht, aber ich sehe das eigentlich nicht. Nein, also das ist eine interessante Frage. Ich glaube, das hat viel mit auch letztlich deutschen Lebenslügen zu tun, die sich über Jahrzehnte festgesetzt haben. Und ich glaube, das ist auch ein Wohlstandsphänomen. Also ich fange erst mal mit den Lebenslügen an. Wer möchte denn nicht daran glauben, dass ein Land wie Deutschland mit seiner Industrie sich nur mit Wind und Sonne sozusagen versorgen kann? Das wäre ja eine schöne Idee, wenn das sozusagen theoretisch möglich und bezahlbar wäre. Wer hätte denn da was dagegen? Und ich glaube, diese Geschichte, dass das möglich ist und dass das auch bezahlbar ist, die hat man sich lange leisten können, weil die Energiewende, die wird erst dann richtig teuer, wenn man die letzten 30 Prozent, wenn man anfängt, das System komplett umzubauen, wenn man dann die ausgebauten Netze braucht, wenn man die Speicher braucht, wenn man die Gaskraftwerke braucht, die im Hintergrund immer einspringen, wenn gerade mal der Wind nicht weht. Das steht uns also alles erst bevor. Und solange uns das aber noch nicht bevorstand, konnten sich die Deutschen kollektiv dieser Illusion hingeben, dass das irgendwie möglich und bezahlbar ist. Und da haben eben alle Parteien mitgemacht. Und ich glaube, sich von solchen Illusionen zu lösen, ist sehr schwer, weil die sitzen sehr tief. Und das hat natürlich auch ein bisschen was mit Journalismus zu tun. Also es ist schon so, dass es sehr wenige energiewendekritische Journalisten gibt, die dieses System infrage stellen, sondern im Regelfall finden sie in den Redaktionen Freunde dieser Idee, Anhänger dieser Idee. Und wenn ein Problem auftritt, dann ist eigentlich sozusagen der öffentliche Reflex, wir müssen jetzt einfach nochmal ein bisschen kräftiger die Windräder ausbauen und dann wird das alles schon. Das ganze Gespräch mit Morten Freidel über sein Buch So rettet ihr das Klima nicht, können Sie sehen auf www.news.de N-I-U-S Und das ist mal eine ganz spannende Analyse der aktuellen Klimapolitik und vor allem der technischen Machbarkeit. www.news.de Ich würde es mir von vorne bis hinten angucken. Es ist wirklich spannend. Es ist Klartext. Und es nützt dem Klima wahrscheinlich mehr als viel warme Luft. Und das ist ein bisschen was. Und das ist ein bisschen was. Und das ist ein bisschen Miningau Wolffinstunn. Ja, natürlich wurde es mir von hintenfficer. Und ich soll mich flügel abhalten." dépl und zu denen,